Deine Karriere in 60 Sekunden. Jede Ausbildung beginnt mit einem einfachen Händeschütteln. Aber wie es dann weitergeht, darauf kommt es an. Warum gerade Edeka? Weil ich hier einfach alle Möglichkeiten habe. Du lernst neue Leute kennen und startest in einem großen Team. Und weißt du was? Ich springe kurz aufs Rad und schon bin ich da. Mein Markt ist nämlich gleich nebenan. Mal ganz ehrlich, wo kannst du schon in der Ausbildung deine eigenen Ideen einbringen? Bei Edeka führen wir sie zusammen und teilen uns die Verantwortung. Wir können uns weiterbilden, an Wettbewerben teilnehmen und so einen guten Abschluss hinlegen. Mit einem Marktwechsel möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen. Ich wähle aus den vielen Karrieremöglichkeiten und entscheide selbst, wo es lang geht. Ich baue auf dem Handelsfachwirt mein Studium auf. Ich will schon bald einen Markt leiten. Und ich mache mich selbstständig als Chef meines eigenen Edeka-Markts. Erst übernehme ich die Verantwortung für eine Abteilung und danach für den ganzen Markt. Bis ich mich selbstständig machen kann, dauert es zwar noch etwas, aber mit Edeka wird das dann auch kein Problem. Als Chef stelle ich mein eigenes Team zusammen und helfe den nächsten Azubis, ihre Karriere zu starten. Starte deine Karriere jetzt!